So, jetzt haben wir das hier alles verbraten. Oh, guck mal, das ist ne Kiste. Flintenmuschi-Munition, super. Oh, ne Kiste. Flintenmuschi... Oh, da hinten ist noch ne... Nein, da komm ich nicht hin. Nein. Mist. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Hmm... Hmm... Wenn man jetzt den achten Teil nicht kennen würde, würde man sich doch wohl für seine entscheiden. Da wir den achten Teil wissen und kennen, wissen wir ja, dass sie... Ja, wer hat die Hand abgeschnitten? Ich bin ja eigentlich nicht nachtragend, aber sowas merke ich mir auch ganz, ganz dolle. Jetzt mal mal Scherz beiseite. Dadurch, dass wir wissen, was im achten Teil passiert, ist es doch wahrscheinlich egal, wem wir das Heilmittel gerade geben. Dann wird ein Teil von meiner Festplatte gelöscht. Alles okay, mach ich. Scheidung in den Kamin. Ja, Baby, tut mir leid. Aber sie war sehr, sehr weitaus hilfreicher in dieser Situation. Ich bin hier extra an ihr gekommen, hab mir so viel Mühe gegeben. Guck dir, guck dir, geht gar nicht. Guck dir meine Hand an, ja? Das ist alles nur wegen und überhaupt. Guck dir, guck dir, geht schon, ihr beiden. So, das war dann Resident Evil 7, ne? Tschüss. Tschüss. Gute Reise. Tschüss. Ist er jetzt wirklich zu Ende? Also es ist egal, wie wir uns entschieden hätten. Ich bin ziemlich sicher, dass es egal gewesen wäre. Es hat keine Auswirkungen. Tja. Mia nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Ist wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Da fuhg. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Warum? Warum? Wie? Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. War ich auch Hochwasser? Was zur Hölle war das? Das war sie. Er will nicht, dass wir gehen. Nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe? Evie! Ich bin brav. Zoe? Ich bin schreit. Zoe! Was zum Teufel! Warum? Mami. Wie er lang. Toll. Wir hätten es doch unserer Frau geben sollen. Oh. Wie? Das Schiff. Wie kommt das Schiff? Vom Zustand will ich ja nicht reden, ja? Aber wie kommt das Schiff in diesen flachen Sumpf? Undurchdringbare Grasbüschelhalme. Dingsbums. Und sie tippelt. Kann so eine Stelle laufen als tippeln? Ne. Sie läuft und rennt tippelnd. Ne, doch nicht. Sie tippelt doch schneller. Ist das Ethan? Das war nicht Ethan, aber es war seine Uhr, ne? Achso, meinst du das? Ja, das kann natürlich sein. So, hier hat sie ihn jetzt... Okay, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Weißt du, da bist du die ganze Zeit in so einem alten Herrenhaus in New Orleans, irgendwo in den Sümpfen unterwegs. Und weil es sich... Weiß ich nicht, weil es da nicht Neues machbar ist oder neue Dinge gab, die vielleicht glaubhaft wären oder so. Rein von der Location. Zack, einfach ein Schiff, ne? In Sumpf. Kaputt. Haben wir eine neue Location. Ich war's nicht. Das hat schon Ewigkeiten keiner mehr aufgemacht. Guck mal, wie verrostet das ist. Man of Medan lässt grüßen. Und sie hat eine Taschenlampe dabei. Praktisch. Lass mich mal gucken. Aber es ist modern. Guck mal, das sind moderne Sicherungen, die hier drin sind. Okay, der Pilzbefall war schon hier. Ja, ja, eindeutig. Welcher Logik, Mann, ey. Ja, ja. Und schwupps ist die Tür auf. Was war das? Die Tür war gerade eben noch zu. Ich glaube, das waren deine Erinnerungen. Monstrum habe ich gesehen im Let's Play. Muss ich nicht spielen. Also Village war glaubhafte Location. Also bitte. Fast Transsilvanien. Was ist daran nicht glaubhaft? Oh. 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 Ach du Scheiße. Wie viele Etagen sind das? Wie viel vom Spiel haben wir fertig? 10% oder wie? Nix drin. War klar. Lass dir Ruhe. Geht nicht. Hast du dich seitdem nicht wieder getraut? Ich glaube, das ist doch besser so. Okay. Ähm. We are the man in black. Vielen Dank in die Mund. Ich glaube, das ist jetzt nur ein Storyteil. Kann das sein? Ich meine, wir haben keine Waffen. Wir haben eine seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Na, trink doch einfach. Das ist ein Serum. E001. Gibt es nicht bei mir eine Karte für? Oh Gott. Hier. 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 Pssst. Das ist ein Serum. Serum, so muss man trinken. Hier ein Dach. Er muss sich vor etwas versteckt haben. Ach, hör auf. Der doch nicht. Niemals. Was ist das hier? Cool ist der Captain Ed Carlyle. Chef-Ingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finetti. Okay, okay, okay. Arzt Gerald Waddel. Okay. Es gab also Crew. Zwar nicht viel, aber es gab Crew. Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Da hat sich keiner versteckt. Aber eine schöne Eckdusche. Die Beeren sind doch lecker. Also, irgendwas, was nach Himbeeren schmeckt, kann doch nicht schlecht sein. Oh, frische Luft. Ich dachte schon, ich muss hier Ewigkeiten rumlaufen. Oh, schönes Bild. LNG-Tanker Annabelle. Gebaut 1987. Tragfähigkeit 71.000... DW-Tonnen. Irgendwas, ne? Länge 289 Meter. Schön. Schönes Schiff. Stabil. Ah, nicht so schön. Nicht so schön. Warum? Erinnerst du dich? Ne. Warum die Streamszeit versetzt sind? Das kommt ja immer darauf an, wie es ausgeliefert wird. Ein paar Sekunden können mitunter drin sein. Niemund. Also, es ist immer, immer ein bisschen unterschiedlich. Einige hängen 10, 20 Sekunden hinterher, andere 5 Sekunden. Das hängt davon ab, wie man gerade abgreift und mit welcher Qualität man das bekommt. Wenn es zum Beispiel wieder nochmal umgewandelt wird, weil du eine geringere Bitrate nimmst, Quatsch, äh, Bitrate, eine geringere Auflösung zum Beispiel, oder eine geringere Auflösung bekommst, musst du ja erstmal noch einen Server nochmal Mainstream umcodieren. Und das dauert ja dann auch noch ein paar Sekunden. Vielleicht liegt's daran. Wenn du den Original-Stream abgreifst, den 1080p, könnte sein, dass du das direkt bekommst, so wie ich das hier nach Twitch baller. Musst du mal gucken, ob du am PC oder am TV irgendwo eine Qualitätseinstellungsmöglichkeit hast. Ach Gott, der ist auch tot. Oh, jetzt muss ich da rein, wa? Ui, Plitsch, Platsch. Okay, hältst du dich in Grenzen? Was ist das da? Nix. Wie gesagt, das kann gut möglich sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt, bitte. Ist es das, was Ergerado vorhin gemacht hat? Zehnjähriges? Ich will nicht, ich will nicht. Du hast mein Leben zerstört. Hm. Ich habe doch keine Waffe. Mach doch nicht sowas. Ich habe keine Waffe. Ich habe doch keine Waffe. Ich habe keine Sicherung. Ich habe keine... Wie soll ich das kaputt machen? Danke für nichts, Spiel. Na toll. Ich werde sowas von sterben. Hi. Da ist nichts drin. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Mach die Tür zu. aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Na toll. Aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was der wohl befürchtet wäre, ist der Dad? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Käpt'n gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich in Liebe, Jim. Armer Jim. Wer ist tot, Jim? Scheibenkleister. Wo finde ich denn jetzt hier Zeugs? Hier unten müsste ich durch die Tür durch, oder? Ich habe ja nichts. So, warte mal. Wenn ich durch die Tür gehe, links runter, hier ist auch noch ein Raum. Vielleicht ist das der Safe-Raum. Hallo? Da lang, ne? Oh mein Gott. Und Tür zu. Tür zu. Ich glaube, der wollte da ran. Zwei Schuss. Ist nicht dein Ernst. Zwei Schuss. Mit so einer weiter PPK hier. Zwei Schuss. Piu, 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 Piu. Nun gut. Die Zeit sagt, zu Glück haben wir es rechtzeitig gefunden. Die Zeit sagt nämlich Feierabend. Ich glaube, es ist auch der beste Zeitpunkt gerade hier. Dann kann ich mich seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Wie kommen wir denn hier weiter? Ich sehe, hier ist eine... Hier auch. Hier sind Leitern. Guck mal hier. Da und da. Aber das war die Stelle, wo wir durchgelaufen sind. Da gibt es ja keinen direkten Weg. Ich gucke gerade bloß noch hier. Das wird sehr interessant werden. Also, eine Heiler-Sicherung suchen. Das ist super. Also, es sieht danach aus, dass wir... Ja. Ach, guck mal. Das ist ja cool. Keine Ahnung. Also, es wird lustig beim nächsten Mal. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier ist, wie gesagt, Feierabend. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, habt einen schönen morgigen Montag. Ich hoffe, dass es kein typischer Montag ist. Also, in der IT ist Montag immer Montag. Also, bin ich mal gespannt, was passiert. Eigentlich dürfte nichts passieren. Ich habe alles Wochenende über gecheckt. Aber wie es halt immer so ist, man ist ja eine Stunde später da als die ersten Kollegen. Und dann, wer weiß. Hier ist, wie gesagt, Feierabend. Wir sehen uns morgen. Ja, ja, morgen. Nee, heute. Na, wie räumt man, ne? Montagabend wieder. Und dann geht's, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, mit Life is Strange weiter. Mit Life is Strange weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen. Schlaft gut. Treib was Schönes. Und bis dahin, euer Firefox.